Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tutorials. Wir befinden uns immer noch im Bereich Characters. Dieses Mal will ich euch zeigen, wie man ein Auge malt. Und dazu habe ich natürlich wieder mal was vorbereitet. So, ich fange immer an mit den ersten zwei Linien, also quasi die Stellen, wo das Augeninnere aufhört. Und ihr seht ja ganz klar an der Form, die untere Linie fängt bei mir eher waagerecht an und macht dann erst den Knick nach unten, dann wieder nach oben. Die obere Linie, die geht direkt hoch und macht dann den Knick runter. Und ist so eine Angewohnheit, dass die obere Linie von mir rechts dann immer wieder so ein bisschen hoch geht. Da bin ich einfach schon bei den Wimpern. Das gehört eigentlich gar nicht mehr zum Auge, sondern das ist schon ein Teil der Wimpern, dieses letzte Stück. Also das, was länger ist als die untere Linie. Ist so eine Angewohnheit. So, dann ziehe ich erstmal grob die Wimpern vor. Also einfach nur, damit ich ungefähr einen Merker habe, wo die sind, wo die hinkommen, in welche Richtung die laufen. Und dann fange ich auch schon an und male so ein bisschen das Innere. Also ihr werdet sehen, wenn ihr mal ganz genau vor dem Spiegel guckt, dass ihr auch unten bei euch am Auge erkennt, dass das noch so ein bisschen dicker ist, der Anfang von der Haut. Ich habe das jetzt mal ein bisschen übertrieben dargestellt, aber das ist nun mal da. Also halb so dick kann man das ruhig einzeichnen. Und ja, dann fange ich mit der Pupille an. Dort mache ich erstmal den inneren Kreis. Den ziehe ich erstmal und lasse da drin wieder einen halben weiteren Kreis weiß. Fülle das erstmal aus. So, dann male ich die äußeren Enden der Pupille, damit ich erstmal so die grobe Form von der Pupille habe. Und die ziehe ich auf keinen Fall bis nach unten, weil ich mir immer denke, unten kann man einen schönen Lichteffekt einbauen. Das werdet ihr auch gleich beim Schattieren sehen. Und deswegen ist die Linie oben dunkler und wird nach unten hin heller. So, dann gehe ich erstmal hin und mache so schraffomäßig grob die Struktur. Dort lasse ich auch wieder diesen weißen Punkt frei, weil das soll wirklich so ein Lichtreflex sein. Und dann gehe ich nach und mache das Ganze nochmal dunkler und dunkler und dunkler. Immer nach oben hin dunkler. Und dann schattiere ich einfach auch nochmal von oben ein bisschen durch. Und so kommt schon dieser Pupilleneffekt zustande. So, dann schattiere ich das Weiße vom Auge. Das mache ich meistens so, indem ich einfach, also jetzt habe ich es ja mit Bleistift gemacht, indem ich einfach irgendwo außen am Blatt oder auf einem anderen Blatt ein bisschen Bleistift abreibe. Da gehe ich dann mit dem Finger drauf und dann ziehe ich das mal so durchs Auge. Weil wenn ich das direkt da rein schattieren würde mit dem Bleistift und dann verwische, kann es natürlich sein, dass man die Striche vom Bleistift immer noch sieht. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen mache ich das separat. So, dann lege ich noch ein paar Linien drumherum. Da müsst ihr halt auch gucken, wie ihr es machen wollt. Jedes Auge sieht ja anders aus. Guckt euch einfach mal verschiedene Fotos von Augen an. Und dann seht ihr, wie bei den Leuten die Falten da liegen. Also das ist echt immer total unterschiedlich. Und genau das macht bei der Charakterisierung von Personen auch ein bisschen mit aus, dass man die Leute auch so trifft, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Weil nichts ist schlimmer, wenn ihr einen Auftrag kriegt zum Beispiel von irgendwem, ja, mal meine Frau, die hat Geburtstag und mir fällt nichts besseres ein als Geschenk. Und dann fangt ihr an, das zu malen. Und wenn ihr dann solche Sachen verkackt, dann erkennt man die nicht am Ende. Und das ist natürlich gerade bei einem Auftrag blöd. Da könnt ihr ja das Bild ja in die Tonne klatschen danach. Also da immer drauf achten. Das ist genau wie die Nasen-Mund-Augenpartie und auch die Kopfform. Das ist immer ganz wichtig, wie das zueinander steht, wenn man jetzt wirklich versucht, eine Person darzustellen, die es tatsächlich gibt oder gab. Auch dazu werde ich noch in einer weiteren Folge kommen. Das werde ich dann zusammen mit der Folge machen, die sich um Rastervergrößerungen dreht. Da werde ich dann nochmal so ein paar Tricks nennen, wie man so grob an drei, vier Stellen abmessen kann. Und dann weiß, wenn ich diese Abstände einhalte, dann erkennt man diese Person nachher wieder. Und so habe ich diese Falten dann eingezeichnet. Dann fange ich an, ein bisschen zu schattieren. Auch hier wieder, ne, irgendwo auf dem Papier einen Fleck gemacht mit Bleistift, mit dem Finger durch, Farbe aufgesammelt. Und dann einfach schön verrieben an den Stellen, wo die Schatten halt hingehören. Und als letztes ziehe ich dann noch die Wimpern. Da habe ich jetzt auch irgendwie mittendrin aufgehört. Da hätte ich noch eine weitere, dunklere Schicht drauflegen können. Nur hatte ich jetzt einfach auch total den blöden Bleistift und im Moment auch viel Zeitdruck. Deswegen habe ich jetzt nicht angefangen, noch weiter Bleistifte zu suchen. Ich habe das dann am Ende an der Software ein bisschen dunkler gemacht. Da sind leider die Augenbrauen nicht so mitgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auf jeden Fall ist das erstmal schon mal, denke ich, ein guter Weg, um Augen zu zeichnen. Ihr könnt das ja mal ausprobieren, könnt mir euer Feedback geben. Vielleicht habt ihr da andere Techniken oder andere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Würde mich sehr interessieren. Schreibt es einfach in die Kommis. Und wenn ihr noch spezielle Wünsche habt zu Charactern, ja, Oldschool-Character oder was weiß ich, sagt mir das einfach. Schreibt das einfach rein. Und dann gucke ich mal, dass ich das mit berücksichtige. Denn ich lese immer die Kommentare und schaue, dass ich die Videos euch entsprechend gerecht bastle. Also, alle Wünsche rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Zag One. Peace. 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 Peace.